Und du siehst nach draußen und dort schaut jemand nach dir, ist es wirklich nur ein Zufall. Und es ist mehr, in diesem Jemand siehst du an, auch wenn er's noch nicht sagen kann, was mit ihm geschieht, wenn er die Spieler sieht. Es ist mehr, als nur zwei Menschen, die mich sehen und wissen, dass sie sich verstehen. Und sich die Frage stellen.